Hä? Wieso sind wir tot? Riestert, Riestert, Riestert Hallo, herzlich willkommen Ich bin's euer Cornel Wir sind hier bei The Binding of Isaac Und ja, wir sind im letzten Part gestorben, habt ihr gerade gesehen Das war das Ende vom letzten Part Ich nehme direkt noch ein Part mit Maggie auf Ohne lange Umschweife Und ja, auf der einen Seite bin ich natürlich sehr traurig Weil der letzte Part natürlich Unfassbar scheiße war, weil ich gestorben bin Auf der anderen Seite bin ich sehr glücklich, denn Ich glaub der Part war wenig Der war anguckbar, oder? Sag mal, war der anguckbar? Ja, ich weiß, ich mach gute Videos Das brauchte man nicht sagen Danke, danke, danke Ja, ich glaub, es war ein Part Komm, es war ein Part, das ist erstmal eine gute Sache Und ich werd ihn hochladen und damit hab ich ihn nicht verworfen Und jetzt bin ich glücklich und stolz auf mich Und jetzt machen wir einfach noch ein Versuch Und ich klaue hier Geld So durch, an das ich eigentlich nicht ankommen würde Dankeschön Und wir kriegen das scheißeste, kackeste Item der Welt Und wir kriegen einen coolen Effekt Den wir leider nicht benutzen können Weil wir Ach, das Leben ist so scheiße, weißt du Das Leben ist so scheiße, weißt du Das ist ein Rap, den hab ich geschrieben 1990 Dann hab ich geboren Und dann kam ich so aus meiner Mama raus, weißt du So aus dem Arsch Nein Dann kam ich so aus meiner Mama raus Und dann hat der Doktor so gefragt Und wie geht's dir kleiner Und dann hab ich so gesagt Das Leben ist scheiße, weißt du Ich hab da unten gechillt In der Blase meiner Mama Und jetzt bin ich hier Und scheiße, ich bin nicht Obama Deswegen hab ich ein scheiß Leben Denn ich werde nicht reich Ich werde ein armer Schlucker Und jetzt singt alle mit Ich werde ein armer Schlucker Ole Ole Ich werde ein armer Schlucker Ole Ole Ich werde ein armer Schlucker Ja und klaue von Damen-BHs Das Metall Und verkaufe Denn ich bin ein armer Schlucker Ole Ole Damen-BHs haben glaube ich kein Metall mehr Oder? Aber früher hatten die das glaube ich Ich glaube früher Ich bin mir nicht mehr ganz sicher Ich kriege es nicht mehr ganz zusammengereimt Aber wenn ich mich nicht täusche War das nicht so Dass man Dass die im Krieg Dann Die Metalle Aus den Damen-BHs brauchten Beziehungsweise Halte generell Die Metalle Zum Waffen produzieren Und bla Und dann halt BHs anders produziert haben Ich bin mir nicht komplett sicher Aber ich hab sowas im Kopf Ach ja Krieg Krieg ist eine tolle Tolle Sache Wir haben ja auch gerade Krieg hier Ne Wir gegen Duke of Lies Aber es ist ein Krieg Der ist sinnvoll Leute Wir müssen das machen Weil der Duke of Lies Der war sehr sehr böse Er war richtig böser Und deswegen müssen wir den Kaputt tränen Mit unseren Tränengewehr Das muss halt sein Man muss Manchmal muss man Opfer bringen Um das Richtige zu tun Das ist Im Leben so Ne Ja Ach ja Was soll man machen Was soll man tun Ich weiß es aber auch nicht Ähm Ja Ich habe kein blaues Herzen bekommen Das ist nett von dir Spiel Denn Wahrscheinlich werde ich jetzt verkacken Und wieder keinen Teufelsraum bekommen Und dann wird alles wieder so wie vorher Und dann werde ich wieder heulen Und ach leckt mir doch die Würste Ich möchte doch nur einen Teufelsraum Ich hatte sogar im letzten Part einen Teufelsraum Da war aber scheiße drin Ja Was soll ich machen Was soll ich machen Ich weiß es nicht Also ich weiß es nicht Ich hätte Ich hätte das Book of Sin mitnehmen sollen Ich glaube das wäre Win Der hätte ich gewonnen Man muss doch mal Sachen machen Die man sonst nicht machen würde Ja Das ist eine Weisheit Das ist eine Weisheit Leute Schreibt sie euch auf Klebt sie euch an die Wand Und werdet schlau Mit mir zusammen So Nein Spinnen 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 Nein Das gibt es nicht Das hast du Es hat mir Damage gemacht Ja Es war auch dumm Irgendwie Die sind so auf mich zugejumpt Und ich habe irgendwie Ich wusste nicht was ich tun soll Und hier kommt jetzt der blaue Stein Der mich davor bewahrt hätte wahrscheinlich Oder es ist ein Damage Upgrade Würde ich auch nehmen Ne Es ist natürlich ein blaues Herzchen Dass mich davor bewahrt hätte Schaden zu bekommen Und noch ein blaues Herzchen Ich ja Danke Jetzt wo ich keinen Teufelsraum mehr kriege Aber naja Die Hoffnung stirbt zuletzt Die Hoffnung Die stirbt zuletzt Und töten Und töten Und töten Und töten Und töten Und töten Der steht wieder auf Darf er nicht Und töten Und töten Und töten Und töten Und das ist noch ein blauer Stein Wunderbar Probieren wir mal Oh Und der Rock Das ist sehr nice Denn mit Maggie Sind wir einfach so schwach Die hat so wenig Schaden Dass es durchaus wunderbar ist Wenn wir hier endlich mal ein Damage Upgrade Mit der kriegen Wobei wir im letzten Lauf auch eins hatten Aber nur eins Und es ist einfach Es hat mich nicht glücklich gemacht Muss man sagen Hat er mich einfach nicht glücklich gemacht So wunderbar Wir sind beim Boss Vielleicht haben wir ja noch das Glück Und wir kriegen vielleicht doch noch Einen Teufelsraum Ich meine Man soll ja nie aufhören zu träumen Ne Man soll nie aufhören zu träumen So Hier ist kein blauer Stein Wir haben übrigens den Schwatten Also den dunklen Den Weiß ich nicht Wir haben den schwarzen Monstru Bläh Wir kriegen sogar noch Einen Teufelsraum Wunderbar Boah Richtig viel kriegen wir aus der Box Amnesia Seht ihr Jetzt ist es scheißegal Juckt mich nicht Amnesia Und wir kriegen Wir werden nicht kapi Aber wir werden fliegen Fliegen und Spektral drehen Das ist eine Wunderbare Kombination Die ich mitnehmen werde Danke Dankeschön Und wir haben zwei blaue Herzen Das ist Sieht gut aus Sieht gut aus Ich glaube auf der Ebenen war noch ein Zacki Zacki judgement Mit dem ich gerne rein wollte Ne Hä Irgendwas war da gerade komisch Ich weiß nicht nochmal was aber Irgendwas war komisch Hey was ist denn los mit euch Kriegt ihr keine Explosionsschaden oder was gib mir die hand ich baue dir einen scheiß haufen aus sand irgendwie irgendwo irgendwann die zeit ist reif natürlich wieder eine tier-slauen-pille ich meine hatten wir ja nicht im letzten lauf auch so mein gott ok wunderbar 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 leute die awesome games dann quick laufen gerade also sie müssten noch laufen wenn ihr das hier nicht ein jahr später seht dann natürlich nicht dann entschuldigt meine aussage die laufen vom vierten ersten bis zum zehnten ersten oder bis zum elften ersten irgendwie so um den dreh auf jeden fall richtig cool ich habe da vorhin super monkey ball geguckt oder so das war schon ein bisschen cool muss man auf jeden fall sagen ja ja die machen schon coole sachen so guppies tale sauber 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 wie gesagt wir werden wahrscheinlich nicht guppie weil ich den kopf nicht mitgenommen habe dann ist aber auch okay finde ich das ist auch okay damit kann ich sehr gut leben und wir haben eine gute range ja sollte auf jeden fall schon um einiges besser wie beim letzten mal wobei wir hier auch noch lange nicht gewonnen haben ich meine super stark sind wir auch noch nicht und mal schauen mal schauen mal könntest du bitte einfach sterben ich wäre voll dankbar kollege ich werde voll dankbar naja wenn wir das hier mit maggie geschafft haben dann haben wir maggie ja erstmal los und dann werden wir sie halt wieder sehen wenn wir die winstreaks probieren aber vorerst werde ich dann wahrscheinlich auf maggie verzichten und mit den charakteren spielen mit dem wir noch alles machen müssen das ist ganz klar ist ganz klar ist ganz klar 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 so wunderbar wir sind trotzdem immer noch ein bisschen schwach auf der brust glaube ich auch nee wieso ist es so passiert boah guck mal wie viel die aushalten meine fresse heilewitzka ok wow 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 bitte da ist ein blauer stein danke das habe ich gesehen vielen dank für den stein ja ok gotet kakao mit kakao ist eine ziemlich coole kakao lässt ziemlich gute viele coole 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 das wollte man nun ja korne sprech deutlich und lernen es endlich mal ja kakao lässt ziemlich viele coole kombinationen zu das wollte ich sagen schwieriges wort machen wir können auf jeden fall noch größere tränen bekommen das ist hier noch nicht das maximum ich hoffe das werden wir auch so werden noch ein halbes ach wir kriegen ja auf jeden ja gut wir kriegen auf jeden fall einen teufelsraum das ist natürlich schön aber wir kriegen dann natürlich also wir haben nur zwei rote herzen und ein halbes blaues das heißt wenn wir gleich deals machen dann sind wir so gut wie tot yes natürlich trifft er mich ja ja und ich bin zu lang warum läuft immer alles schlecht das habe ich getan aber dass der boss besiegen wir ihn kurz wo die weiße spritze ist leider richtig kakö ich hätte die waren habe kampus natürlich kommt kampus yes 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 okay töten wir ihn einfach nicht hiermit töten wir ihn einfach. Fress ihn. Wir kriegen Kohle. Ja, es ist okay, es ist okay. Jetzt nicht unbedingt. Es ist okay, es ist auch durchaus okay. Piercing Shots wären geil. Die haben mich getroffen, die Tränen? Alter, was ist denn los bei euch? Okay, oh, there's options. Hätte ich natürlich vorher holen müssen. Das war ein bisschen dumm von mir. Nehmen wir aber dann doch auf jeden Fall mit. Ja, komm. Nehmen wir dich auch mit. Gucken wir noch mal kurz da unten rein. Vielleicht ist da ja eine Bibliothek. Ne, das ist sowas. Dann kommen wir wahrscheinlich zu einem Schwarzmarkt. Also entweder kriegen wir jetzt ein Gratis-Item oder? Nein, das ist eine Passage. Och, Mann. Ja gut, dann gehen wir durch da. Och, Mann. Normalerweise ist da fast immer so eine Treppe nach unten. Jetzt war natürlich keine Treppe nach unten da. Na ja. Man kann nicht immer alles haben, ne? Wuuuuh, I get no doubt. Ein Herzchen und eine Münze. Eine goldene Kiste. Aber ich krieg' einfach kein Cricket-Set. Aber na ja, vielleicht wird das ja noch was. Aber wir haben fast keine Schlüssel mehr. Das ist auf jeden Fall nicht so gut. Deswegen wir da auch auf gar keinen Fall jetzt rein können. Ach ja, noch ein paar Damage-Ups wären einfach richtig schön. Wenn einfach richtig schön. Hm. 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 Polyfemos im nächsten Itemraum. Jups. Ease akzeptiert. Bämst, bämst, bämst. So. Ups. das ist ein schlüssel wunderbar wie viel leben hast du überlebt er noch eine trainer bombe nehme ich gerne mit ok die haben homing tiers also aufpassen 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 wo ist der goldraum wo ist der goldraum haben sie gerade selbst in die luft gesprengt habe ich das richtig gesehen ich glaube schon okay ich akzeptiere das einfach nein eigentlich hat sie mich getroffen oder glaube schon man treffen auf zu springen ich mag das nicht wenn du springst da trifft man nicht so schlecht das ist doch nicht der sinn vom spiel dass man sich nicht treffen kann kann ich war sein dass ein blauer stein wunderbar zwei blaue herzen und bams wie viele schlüssel habe ich vier ok das brauchen wir nicht ich kriege auch in letzter zeit ich habe nur kacke in den goldräumen nur kacke auf jeden fall haben wir jetzt ein bisschen kohle das ist ja schon mal nicht schaden aber wobei wir sind in katakombs wir kriegen noch zwei shops das ist durchaus ok da kannst du auf jeden fall was mit anfangen so was bist du was bist du ein blaues herzchen das sieht doch schon wieder ganz cool aus jetzt gleich ein teufelsraum mit dem packt dann bin ich der zufriedenste mann der weltweite wirklich das effekt ist besser als sex kann ich euch sagen so nein das habe ich nicht gesagt den habe ich nicht gesehen der war auch mann er hat sich mit seiner farbe voll getarnt dahinter der karte das ist ja unfair ist ja ungericht grüßte jetzt danke wunderbar es geht doch 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 boah guck mal unsere tränen die werden richtig schön groß guckt ihr euch an jetzt muss ich nur noch treffen jetzt muss ich nur noch treffen oh mann den trifft man so schlecht mann ich möchte dich treffen bitte geh mir nicht auf den sack kein damage bekommen unnötig damit bekommen ist unnötig hilfe so sehr oft schön das pentagramm leckt mir die wurst wunderbar und wir nehmen ja diese ja schon wieder das in fest bla bla baby nee so nicht teufel so kommen wir nicht ins geschäft ja wir gehen einfach weiter krass richtig gut wir haben jetzt zwei damage ups bekommen quick z und wir haben sogar genug bomben schon wieder so ein raum schon wieder so ein raum badabam 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 hä und es ist wieder einfach ein durchgang oh mann aber ich möchte natürlich die items mitnehmen wenn wir jetzt unbedingt den bosra schmutz schaffen müssten dann würde ich das jetzt dann könnte man jetzt überlegen ob man das nehmen will ähm tamiset ist gar nicht so schlecht ähm denn das ding ist der wird jetzt immer die der wird jetzt immer die ähm tränen schießen das kann ich euch gleich zeigen die wir im mund haben quasi weil wenn ich äh kleine tränen im mund habe also nicht so riesige dann wird er auch einfach nur kleine tränen verschießen ähm wir haben leider keine schlüssel mehr das ist halt mega nervig jetzt da ist gerade richtig nervig ähm magician können wir auf jeden fall nochmal weiter mitnehmen the moon judgment okay hast du vielleicht auch ein paar schlüssel für mich hast du eventuell ein paar schlüssel äh äh da will man mal ein paar schlüssel haben und nicht direkt das item und dann gibt da ein das ist echt wie verhext diese welt ne diese welt ist ne komische die ist komisch und gemein bams 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 noch nickel wunderbar 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 Wollen wir das, ich glaube, das Ding ist, ich will das nicht mitnehmen, oder? Ich will schon Tami's Head mitnehmen, weil das ist ziemlich cool mit den großen Tränen. Kommt noch eine Hand? Nein. Bäm, nein, der ist genau ausgewichen, also er ist im Grunde, im Grunde ist er nicht ausgewichen. Wir sind aber nicht Gapi, oder? Warte mal, wir haben den Schwänzchen, wir haben da, nee, hätten wir Gapis Kopf mitgenommen, wären wir jetzt Gapi, aber wir sind noch nicht Gapi. Aber wir werden uns auf jeden Fall voll machen mit blauen Herzen und dann gehen wir einfach mal weiter. Aber ich glaube nicht, dass ich Gapis Porn mitnehmen werde, oder? Das ist eine schwierige Sache, das ist eine schwierige Sache. Wir haben noch, wir sind 18 Minuten, ich lasse die Zeit mal ein bisschen angezeigt, dann können wir eventuell, im Grunde wäre es vielleicht ganz geil, wenn wir in den... Ja, im Grunde wäre der Boss Rush-Mode gar keine so schlechte Idee, das Problem ist halt nur... Das Problem ist halt nur, wir müssten dann jetzt irgendwie mal Maren finden. Und das so ziemlich zeitig jetzt irgendwie. Und ich weiß halt nicht, wo es zum Maren geht. Einfach sterben, einfach sterben, einfach sterben, einfach sterben. Seht ihr? Da waren jetzt die kleinen Tränen. Das war natürlich jetzt ein bisschen dumm, aber habt ihr es auch mal gesehen, wenn ich halt keine große Träne im Mund habe, dann kommt auch keine große Träne. Sondern nur eine kleine, das ist ziemlich cool. Ja, cool ist es jetzt nicht, aber es ist ziemlich lustig. Und BÄM! Schade, das hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Einfach alle sterben, alle sterben, wir haben nur noch eine Minute Zeit. Das dürfte ein Shop sein. Ich kann da aber nicht reingucken. Aber wir können uns gleich auch nochmal raussprengen. Raus teleportieren bei Maren. Wir können uns auf jeden Fall auch nochmal raus teleportieren. Oh Mann, bitte. Die muss hier sein. Das muss der richtige Weg sein. Ich bin davon fest überzeugt. Ist egal, ist egal. Das muss der richtige Weg sein. Das ist der richtige Weg. Nein, 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 stirb! Ach, ich bin doch gar nicht auf der Maren Ebene. Scheiße, ich bin so dumm. Wer von euch wusste es? Wer von euch hat jetzt gedacht, hä, bist du dumm, Korne? Wieso habe ich den in die falsche Richtung geschossen? Ah, war das dumm von mir. Ich dachte, ich wäre schon soweit. Okay, oh, HP und Damage ab. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und dann schauen wir mal eine Tiersdown-Pille. Wunderbar, ne? Was weiß ich nicht, Pille? Wunderbar. To the Moon. Waren wir schon im Shop? Ne, wir haben ja keine Schlüssel. Ach, Scheiße. Hier sind auch noch zwei goldene Kisten, die ich natürlich liebend gerne aufmachen würde. Ach, Mann, ach, Mann, ach, Mann, ach, Mann, ach, Mann. Ich bin irgendwie... Mit Magdalene bin ich irgendwie immer so langsam, ne? Ich weiß auch nicht genau. Also, ja, wir sind halt auch extrem langsam. Also so zu Fuß jetzt unterwegs einfach. Wir kommen hier nicht schnell durch. Ach, Shit, 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 Shit. Scheiße, was war das? In dem Raum. Da ist auch kein Schlüssel. Ist hier eventuell ein Schlüssel? Nein. Das wollte ich gar nicht mitnehmen. Ich kann es auch nicht mehr wegsprengen. Shit. Naja, muss weit weitergehen. Dann können wir jetzt nichts dran machen. Aber jetzt bin ich ein bisschen nervt. Curse of the Blind. Oh, nee, das muss doch nicht sagen. Na ja, wenigstens haben wir schon mal wieder einen Schlüssel für einen Goldraum. Wobei, wir haben ja schon Quicket-Set. Also so unfassbar krasse Dinge können in den goldenen Kisten eh nicht mehr für uns drin sein. Also klar, ne? Kann immer was Gutes drin sein, was sich lohnt. Kann ja auch... Können ja auch einfach nur Schlüsselbomben und Münzen sein, ne? Das lohnt sich ja auch. Durchaus, ne? Ganz klar. Ja, aber... Ups. Ja, das Damage haben wir halt schon aus den goldenen Kisten. Von daher ist es auch okay. Es ist auch okay. So. Jetzt nur nicht zu viel Damage kassieren. Das wäre halt nicht so schön. Würde ich eigentlich ganz gerne verhindern. Das weiß ich auch zu verhindern. Oh, und wieder eine goldene Kiste. Die machen wir jetzt mal nicht auf. Na, wir haben ja Gappi's Tail, ne? Ja. Wir müssen auf jeden Fall Schlüssel für die Chests dann auch zusammen kriegen. Oh, Pandoras Box. Ah. Okay. In der Ebene 2... Äh, Tiefen 2 kriegen wir also Münzen. Das wusste ich jetzt nicht. Aber ich will sowieso Tami's Head mitnehmen. Von daher... Oder... Oder lag das jetzt daran, dass wir das in der... Oh, da lag das jetzt... Oder liegt das daran, dass ich das... Oh, wenn jemand das mit Pandoras Box weiß, darf er mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich könnte es auch einfach nachlesen. Also im Grunde könnt ihr es auch lassen. Ähm. Also wobei, ne. Kann es sein, dass man im Shop immer Münzen bekommt? Und das ist jetzt... Ich hier, wenn ich es hier draußen benutze hätte, hätte ich dann doch Items bekommen? Ja. Ich weiß es nicht genau. So. Wir waren noch nicht im Goldraum. Deswegen gehen wir da jetzt noch nicht rein. Den suchen wir erst mal. So, Kisten. Das ist schön und gut. Aber... Wir brauchen den Schlüssel leider für den Goldraum. Was heißt leider? Das ist jetzt... Äh... Ja, wobei. Doch, weil... Wäre es cool, könnten wir ja ohne Schlüssel in den Goldraum. Ähm... Wenn man die Tami's Head benutzt, dann braucht der danach immer noch so... Also Maggi braucht dann danach noch so ein bisschen Zeit. Bis die nächste Träne gespuckt wird irgendwie. Und da schieße ich dann ganz oft in die falsche Richtung. Das ist ein bisschen nervig. Muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen drauf achten. So. Das sieht doch nach Goldraum aus. Und da ist jetzt Polyphemus drin. Bäm! Tears up und Knockback Short. Hm. Knockback Short ist okay eigentlich. Ja. Doch. Also ich glaube, ich mag Knockback ganz gerne. Ich weiß gar nicht, ob es Menschen gibt, die es nicht so gerne mögen. Aber damit kann ich leben. Gut. Dann erkunden wir die auch gar nicht weiter. Ich gehe jetzt einfach straight up zu Mom. Und werde sie besiegen. Muhahaha. Und leider schaffen wir nicht den Boss rasch. Ja. Leider nicht. Irgendwie bin ich in letzter Zeit immer zu langsam dafür. Ich weiß auch nicht. Oh. Oh. Isaac. Bäm. Und BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ� Ich muss in die Chest, also muss ich das Polaroid nehmen, das ist da wunderbar. Und dann nehmen wir das einfach mal mit. Das Demon Baby, das hatten wir auch im letzten Lauf. Irgendwie voll die Kopie vom letzten Magiran, also ne, ja gut. Voll die Kopie ist jetzt übertrieben. Zugegebenermaßen, aber ihr wisst schon, was ich meine. Viele gleiche Items, so. Wunderbar, 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 wunderbar. Was ist denn hier los? Alles voller Sackgassen. Da war wohl nichts mit Los-Chargen, mein Freund. Okay, ein paar kleine Larven. Schon ein bisschen süß. Da könnten wir auch mal dran spielen, wenn wir wollen. Lack ab, wunderbar. Die Devil-Karte heben uns, glaube ich, für Isaac oder für die Chest auch. Wobei, ich glaube, es wäre eigentlich ganz sinnvoll, wenn man Karten gar nicht so lange mitträgt, weil, ja, es droppen halt immer wieder Karten. So, und dann... Au. Leute, es tut mir leid, aber... Es tut mir leid, es tut mir leid, aber ich... Wenn wir die Möglichkeit kriegen, dann wäre es doch dumm, wenn wir es nicht tun. Aber wäre es doch dumm, wenn wir nicht das tun, was wir tun können. Wir werden guppy, wunderbar. Zack, 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 zack. Ich meine, wir sind Maggie und der letzte Lauf war so schwach, ich bin ein bisschen süchtig nach der Stärke. Es tut mir leid. Bitte, 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 verzeiht mir. Okay, wir sollten aber jetzt auf unsere Herzen achten. Oh, das ist ja Ayo Wizard. Zum Glück habe ich die Fliegen dabei. Bäm, wenn man jetzt wüsste, in welche Richtung man schießt, ne? Bäm. Oh, Ayo Wizard ist so eine Kacke. Ayo Wizard? Ayo Wizard? Oh, no. Wir haben keine Schlüssel, das ist nicht so gut. Also nicht so gut. Bäm. Achso. Bäm. Wir haben einen Schlüssel, wir haben einen Schlüssel, wir haben einen Schlüssel gefunden. Das freut mich ja wirklich, das freut mich ja wirklich. Hallo Lust, hast du Lust mit mir zu singen? Ole, 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 ole. So, wenn du in der goldenen Chest so einen Goldschlüssel finden würdest, das wäre cool. Wenn man so einen Goldschlüssel mitnehmen könnte. Weißt du, so irgendwie, es gibt ja die Items, wo du, ähm, ich glaube, es gibt so ein Item, wo du rote Herzen mitnehmen kannst. Wäre auch voll cool, wenn man damit irgendwie alle Items mitnehmen könnte. Dann könnte man halt auch einfach so einen goldenen Schlüssel da reinpacken und dann hätte man den in der Chest. Wäre schon ziemlich nice. Ja, wir kriegen jetzt natürlich den beschissensten Boss der Welt. Oh. Und er ist down. Wunderbar. Ähm, wir nehmen tatsächlich das Lack ab, weil wir hier zwei Schlüssel kriegen. Und die brauche ich. Ich brauche die Schlüssel, ich bin süchtig nach denen. Wie ist denn euer Schlüsselbund eigentlich so? Meiner sieht momentan sehr karg und, ähm, scheiße aus. Das Problem ist... Nein, es gibt kein Problem. Es gibt kein Problem. Reden wir da nicht drüber. Reden wir nicht über meinen Schlüsselbund. Der ist sehr vielsagend über meine Psyche und macht mich sehr traurig. Ja. Ne. Reden wir nicht über meinen Schlüsselbund. Gibt's da nicht auch so einen Spruch? Man sagt doch, anhand der Nase erkennt man seinen Schwimmel. Ne, was sagt man? Wie die Nase, wie so der Penis? Ne, wie sagt man da? Gibt's da irgendeinen Spruch, oder? Ist man anhand... Anhand der Nase... Äh, jo. Hä? Gibt's das nicht mit Johannes irgendwie? Anhand der Nase erkennt man seinen Johannes? Ich weiß es nicht. Ich hab doch keine Ahnung. Ich kenn mich mit sowas doch nicht aus. Boah, wir sind gerade schon ein bisschen stark. Auch ohne Gappi. Da muss man mal so ehrlicherweise sagen. Ne? Okay. Anhand des Zink... Ne. Was reimt sich denn auf Johannes? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Gut. Grundsätzlich wäre es dumm, wenn wir jetzt hier nicht dran spielen würden. Ich meine, wir brauchen einen. Um ein, zwei, drei Schlüssel wäre noch gut. Wir haben auch ein paar Lack-Ups gefunden. Die uns aber nichts bringen. Weil wir Maggie sind und Maggie scheiße! Oder so ähnlich. Ich weiß es nicht. Ähm, boah. Habe ich jetzt Lust hier noch? Oh Mann, ich hasse das. Ich hasse es. Wirklich. Ich hasse es hier dran zu spielen. Das ist einfach nur... Er ist einfach nur nervig. Es ist einfach nur nervig, Mann. Der wurde zwar besser, im Gegensatz zum vorherigen Isaac. Also ein bisschen schneller. Aber so wirklich... So wirklich gut finde ich das immer noch nicht. Er ist einfach... Er ist einfach ein viel zu großer Zeitfresser. Ich finde nicht, dass... Also... Nee, ich weiß nicht. Ich komme gerade über diesen Spruch nicht weg. Erkenn man sein Johannes. Irgendwas gibt es da. Ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall. Wie wenig auf das Thema kommt. Ach ja, der Schlüsselbund, ne? Naja, mein Schlüsselbund ist scheiße. Ich hatte noch nie einen coolen Schlüsselbund. Ich will halt immer so coole Anhänger haben. Aber ich kaufe mir die selber nie. Ähm... Ich sollte vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Ich kaufe mir halt selber nie irgendwie coole Schlüsselanhänger. Und... Ja... Das ist dann immer ein bisschen dumm. Und ich sollte jetzt nicht so viel Damage kriegen. Das ist auch ein bisschen dumm. Das ist sogar sehr dumm. Richtig dumm. Okay, da ist der Boss. Wunderbar. Dann komm mal mit, meine Fliegen. Komm mit! Tötet! Ähm... Müssen die jetzt kommen? Ach, man tötet sie selber. Isaac! Kein Teufelsraum. Entschuldigung. Wir wollen zu Isaac gehen. Ach ja, ich glaube, heute kann es sogar klappen. Ich glaube, heute kann es sogar klappen. Wunderbar, wunderbar, wunder, wunder, wunderbar. Na. Boah. Boah. Boah, die Musik, ey. Ich finde sie echt geil. Ich stehe auf den Scheiß, ey. Was hat mich da getroffen und wieso hat es mich getroffen? Das sind wichtige Fragen für mich gerade. Bäm, einfach sterben, einfach sterben. Komm. Zöger ist doch nicht so lange hinaus. Das geht dir danach besser. Ich helfe dir nur. Ich habe mich gerade angesprochen. Ich habe mir gerade richtig gespuckt beim Reden. Eigentlich... Eigentlich spucke ich nicht so viel beim Reden. Aber es passiert jedem mal, oder? Ihr kennt das, glaube ich, von euch selber auch, oder? Wenn man es hier so richtig... Ihr redet mit irgendjemandem. Meistens passiert es ja, weißt du. Redest du mit irgendeiner Dame und dann spuckst du hier so volle Kanne auf die Nase oder so. Oh, Mann, ey. Manchmal ist das Leben unfair. Sowas kennt jeder, oder? Oder bin ich... Habe ich mich jetzt blamiert? Ich denke nicht. Also mit auf die Nase spucken habe ich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Verstehst du? Aber von dem Großen und Ganzen glaube ich, dass da sehr viel Wahrheit drin ist. Wo es in der Sonne steckt. Bam. Man kann so richtig schnell schießen mit. Oh, so viele rote Herzen. Und die bringen mir halt alle gerade nichts. Vielleicht hätten wir doch Gappies Power mitnehmen sollen. Vielleicht hätten wir es doch mitnehmen sollen. Wäre vielleicht die bessere Entscheidung gewesen. Oh, Mann. Amnesia, da freut man sich doch. Amnesia, Amnesia, Scheiße, ja, ich wurde getroffen, na klar. Okay, Alter, der wird richtig weggevögelt, ey. Moment, Damage ist echt gut. Da kann man sich nicht beschweren. Und, 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 genau, und, genau, und, genau, und, ne. Bam. Und ab in die Kiste und jetzt bin ich gespannt, was wir für Items kriegen. Jetzt bin ich gespannt, was wir für Items kriegen. Hoffentlich irgendwas cooles, ey. Oh, ich weiß nicht, ob ich die Guillotine mitnehmen möchte. Ich weiß es ehrlich nicht. Nein, ich kriege richtig viel Damage. Habe ich Kohle? Ja, ich habe Kohle. Guck mal, wie groß meine scheiß Träne wird. Die Blank-Karte. Uh, aber ich habe keine Jera-Karte. Das ist natürlich ein, nein. Oh, aber den Patch, äh, den Patch, äh, den Raum haben sie gepatcht, ne. Damit man da nicht immer sofort reinläuft, oder so. Also denke ich mal, weil die andere gibt es nicht mehr, wo man direkt so eingeschlossen ist. Ähm, die haben den vorderen Kackehaufnahmen, die einen nach vorne getan. Habe ich Curse of the Maze? Nee. So. Ich habe keinen Schlüssel mehr, das ist halt auch ein bisschen problematisch. Ähm, ja. Durch meine krasse Range fliegen die Tränen jetzt auch unfassbar viel durch den Raum. Aber ich bin gleich tot. Das ist natürlich nicht so toll. Ich habe mein ganzes Leben verloren. Ja, ich habe mein Leben verloren. Okay. Den hat das ziemlich auseinandergerissen. Ich glaube, wir können das, ähm, Blue Baby, wir könnten es schaffen, das Blue Baby mit einer, mit einem Herz zu besiegen. War das jetzt ein kompletter deutscher Satz? Ich weiß nicht ganz genau. Mann! Okay. Wir haben sogar einen Schlüssel. Gib mir eine Kiste. Gib mir eine Kiste. Ich habe einen Schlüssel. Hallo. Entschuldigung. Entschuldigung. Wir können auch nochmal den Geheimraum suchen. Oh. Das war so jetzt nicht geplant, aber gut. Kein Geheimraum. Kein Geheimraum. Bäm. Bäm. In your face. Bäm. Oh, Golden Touch. Ja, das bringen mir nichts. Hatte ich niemanden berühren darf, sonst bin ich tot. Oh, es war knapp. This war a little bit of knapp. It's a little bit knapp. Pin. Wie oft bin ich jetzt schon in so einem Raum gestorben? Ich weiß es nicht. Bin ja auf jeden Fall schon mal gestorben, aber da war es mein Game Over. Bäm. Warum habe ich so viel Geld fallen lassen? Ich weiß es nicht. Ja, so ein Scheiß-Item über Scheiß-Item. Ach. Ich habe ihn sogar getötet. Oh, Mann. Wieso gehe ich da rein? Ich muss da eigentlich nicht rein. Ich will aber. Aus Prinzip. Ich bin der Stärkste. Ähm. Ja, und Harmy's Head ist schon ziemlich stark gerade. Das kann man durchaus so sagen. Ach ja. Ach ja. Wir machen die einfach mal kaputt, damit sie uns nicht töten, außer sehen. Das können wir nicht gebrauchen. schon ein bisschen krass, wie viele, wie die Tränen da so um uns herum fliegen. Piercing Shots. Jetzt kriegen wir euch. Ähm. Ich... Oh, fuck, Alter. Was ist denn das für ein Raum? Scheiße. Wie unfassbar krass ist der denn? Ah, das Gute ist, jetzt können die Schüsse mehrmals treffen, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, die Schüsse können jetzt... Oh, die Prayer Card. Die setzen wir gleich ein, weil dann haben wir noch einen Extra-Treffer. Ähm. Ja, hier ist logischerweise nicht der Boss. Das habe ich mir schon fast gedacht. Das heißt, wir müssen jetzt diesen Raum da um... Irgendwie... Nein! Ich habe mein... Oh, fuck! Soll es jetzt hier enden? Scheiße! Wie soll ich das denn machen? Ich habe gerade keine Ahnung. Scheiße! Ich... Hä? Nein! Nee! Jetzt machen wir keinen Scheiß! Okay, komm. Komm, komm, komm. Ich kann auch mein Tami-Set nicht mehr auffüllen. Ich könnte natürlich probieren, mich vorbeizuteleportieren. Hat nicht funktioniert. Was ein Zufall. Was ein Zufall. Was war denn da nochmal drin? Scheiße! Ich... Es darf doch jetzt nicht so enden. Wo ist eigentlich der Geheimraum? Den haben wir auch noch nicht gefunden. Okay, 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 okay. Das war ein bisschen unnötig, aber ist okay. Boards of Steel! Nee. Leider nicht. Ja, 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 ich hab's. Ja, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Fragt mich nicht, wie? Nee, ich hab zum Glück, ich hab durch den... Oh mein Gott. Okay, okay. Nein, nein, ich bin zu langsam. Okay, aber der Raum ist... Ich werde noch einmal wiederbelebt, okay. Ich werde sogar noch einmal wiederbelebt. Was ist das? Taurus. Rageous Building. Okay. Okay. Im Grunde kann ich einfach auch nur ausweichen. Ich werde noch einmal wiederbelebt im Notfall, glaube ich. Oh mein Gott. Wie krass, wie krass dieser Damage war gerade. Wie krass dieser Damage war. Nein, nein, nein. Nein! Oh nein! Oh nee, bitte. Lass es mich schaffen. Nein, ich bin so dumm. Nein! Nein, warum bin ich so dumm? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Warum? Nein, nein. Was hab ich gemacht? Nein! Oh Mann! 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 Scheiße, ey! Fuck! Lass es mich kurz erklären. Lass es mich kurz erklären. Ich bin in diesen Bossraum wieder reingegangen. Dann hab ich gesehen, dass mein, äh, Tamis Head nicht aufgeladen ist. Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich noch eine Batterie hatte. Die liegt ein, äh, zwei Räume unter mir. Und dann stand ich da, dann hat der Kampf angefangen. In dem Moment hab ich aber gedacht, nein! Da liegt doch noch eine Batterie, da liegt doch noch eine Batterie, und dann hab ich mir gedacht, warum bist du da reingegangen? Und dann hat der Kampf angefangen und dann war ich schon tot. Und Mann! Und Mann! Und ich hätte doch, Mann! Und ich hätte doch, Mann, ich hätte das locker noch schabert. Och Mann! Im Grunde, der Raum, der mich getötet hat, war der Raum mit diesen drei Viechern. Der war einfach zu krass. Der war einfach zu krass. Ja, wir müssen es nochmal mit Maggie machen, dass ich so ein Laufer kacke, ist wirklich einfach nur traurig. Ich weiß auch nicht, beim ersten Blue Baby Versuch wurde ich da, warum ich da gestorben bin. Es tut mir leid, es tut mir leid. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, ciao und auf Wiedersehen. Bis dann, ciao und auf Wiedersehen.